Musik Herzlich Willkommen wieder hier aus der Bergwirtschaft Wildermann. Wir befinden uns wieder hier an der Bar an der Cocktailschmiede und möchten einen 9-Wochen-Cocktail grillieren. Der Mellenexpress. Dafür benötigen wir 2cl von unserem Wassermelonsirup, ungefähr 4cl Tequila, 2cl von unserem Apricot-Pandy, 2cl Zitronensaft, ca. 4cl von unserer Sahne und aufgefüllt wird das Ganze mit Maraguya und Ananassaft. Dafür benötigen wir natürlich wieder Eis, kann ruhig bis oben hin voll sein, 2cl von unserem Wassermelonsirup, 4cl von unserem Tequila, 2cl von unserem Apricot-Pandy, etwas Zitronensaft, damit es nicht zu süß wird. Wie gesagt, die Sahne darf nicht fehlen, wird ein schön cremiger Cocktail und aufgefüllt wird das Ganze mit Maracuja-Saft in gleichen Teilen und natürlich der Ananassaft. So, mehr geht nicht rein ins Glas. Das Ganze wird kräftig geküttelt. Momentan befindet sich auch bei uns auf der Homepage eine Webcam, sodass Sie im Prinzip komplett sehen können, was das Wetter bei uns in Dresden und natürlich den Blick über Dresden macht. Wir füllen das Ganze in unser Glas, wo wir schon vorher einige Melonenstücke reingeschnitten haben. Die Füsse können wir ruhig nochmal mit reinhängen. So. Und natürlich unsere Strohhalme. Und da werden wir angelangt bei unserem Melon-Express. Schmecken lassen!